Ich bin dann nicht der Latour, ich bin der Tomli, seit 1955 habe ich endlich wieder einmal gearbeitet. Ich gehe zum zweiten Mal, das ist sensationell. Jetzt gilt es einfach, Hände aus den Hosen-Sacken raus und vorwärts gehen. Wir haben die Möglichkeit, den Titel zu gewinnen. Hey Leute, tu ein bisschen fändeln da. Komm du, komm du. Das macht gar nichts. Jedenfalls, wir spielen am Sonntag am 5 Uhr auf dem Rathausplatz Tomli vor der Oceans Orchestra. Wir freuen uns. Bis bald.